Ein großer See, grün gezeichnete Flächen, die Näherung mit ihrer Dünenlandschaft davor, gelb dargestellt und dann das Meer. Auf der Landkarte konnte Gesa den Leuchtturm von Schorpino ausmachen, der ihr Wanderziel war. Wenn sie es richtig verstanden hatte, würden sie zunächst die Strecke durch den Dünenstreifen bis zum Strand zurücklegen, bevor sie sozusagen auf dem Rückweg zum Leuchtturm kam, der inmitten eines Waldgebietes lag, Kiefernwald wie überall hier. Im Ankunftstrubel war das alles schwer zu verstehen gewesen. Die Odia hatte im Bus zwar eine Durchsage gemacht, zweisprachig, aber niemand hatte Lust verspürt, ihr lange zuzuhören. Alle hatte es hinaus an die Luft gezogen, sofort, und irgendwann hatte es die Odia einfach aufgegeben. Mir folgen waren ihre letzten verständlichen Worte gewesen. Alle waren bereits aufgebrochen, hatten einen sandigen Pfad eingeschlagen und nur Gesa stand noch vor der Schautafel am Parkplatz und bemühte sich, ihre Position auf der Landkarte zu bestimmen. Bevor sie losging, wollte sie wissen, wo sie sich hier befand. Aber auf die Schnelle ließ es sich nur auf zwei Möglichkeiten eingrenzen, zwei nicht weit voneinander entfernt liegende Parkplätze, einer nördlich, einer westlich des Leuchtturms. Das musste genügen. Gesa hatte keine Zeit zu verlieren, schon jetzt war sie mit einigem Abstand die letzte. Eine Gruppe älterer Herren marschierte vor ihr. Alle grauhaarig, beige Sommerkleidung, einer von ihnen trug ein Akkordeon bei sich. Nach wenigen Metern teilte sich die Gruppe und umspülte in engem Bogen eine Person, die in der Mitte des Pfades stand und einen Film in einen Fotoapparat einlegte. Derart konzentriert, dass sie nichts von den vorbeiziehenden Herren mitzubekommen schienen. Es war Tom, jetzt in Jeansjacke, die ihm nicht gehörte. Vielleicht hatte Peer sie ihm geliehen, der besaß so eine. Und er klappte den Deckel des Apparates zu, lauschte daran und bedeutete, Gesa stehen zu bleiben. Dann knipste er sie. Gesa in Feindesland, sagte er, als sie näher kamen. Wieso das? Keine Ahnung. Siehst einfach so aus. Wenn du genaueres wissen willst, solltest du am besten meinen Opa fragen. Verstehe ich nicht. Du hättest ihn hören sollen, als er letzte Woche mit Oma bei uns war, sagte Tom und ging mit ihr weiter. Da hat er mitbekommen, dass ich hierher fahre, nach Polen. Und was hat er gesagt? Was bitte willst du denn bei den Polacken? Das letzte Wort betonte Tom auf eine Art, dass Gesa die Bassstimme seines Großvaters sogleich im Ohr hatte, ohne diesen genauer zu kennen. Na. Das seltsame ist, sagte Tom, ich hab noch nie, eigentlich hab ich noch nie mit meinem Opa über irgendwas geredet. Mit dem redet man nicht. Der ist nur da und grummelt vor sich hin. Mal dies, mal das. Gar nicht unangenehm. Aber dann fängt er plötzlich so an. Eine Pause entstand, was zumindest auf Gesas Seite daran lag, dass sie es nicht gewohnt war, länger mit Tom zu sprechen. Das hatte sie so noch nie getan. Und nach all den Jahren, die sie sich nun kannten, kam es ihr eigentümlich vor, ausgerechnet jetzt und hier damit zu beginnen. Aber was sprach dagegen? Sie fragte, mehr hat er nicht gesagt? Doch. Wir haben uns fast gestritten. Wollte ich gar nicht. Es war irgendwie, die beiden stammen doch ursprünglich von hier, Pommern, damals. Geflüchtet sind die. Das wusste ich ja. Oma hat immer mal was erzählt. Von den Trecks. Wie sie sich in einem Wald versteckt haben. 42 Erwachsene, acht Kinder, neun Pferde. Dass der Krieg aus war, haben die gar nicht mitgekriegt. Und als eine Einheit Russen am Wäldchen vorbeimarschierte, sind alle Pferde und Kinder-Mucksmäuschen still gewesen. Nicht ein Laut. Immer die gleichen Geschichten halt. Aber wie der jetzt redete. Der Pfad vor ihnen wurde mit einem Mal kurviger und führte in ein Waldstück hinein, von dem Gesa nicht sicher war, ob sie es auf der Karte gesehen hatte. Weder die älteren Herren noch jemand von ihrer Gruppe waren irgendwo auszumachen. Seltsam, sagte sie. Sind wir nicht gerade irgendwo abgebogen? Glaube nicht. Die Luft roch salzig, nach Algen, durchmischt mit Kiefernduft. Allzu weit konnte es bis zum Strand nicht mehr sein. War da nicht eine Weggabelung? Keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst. Gesa blickte sich um. Der Pfad kam ihr zu schmal und zu unausgetreten vor, als dass es der offizielle Weg vom Parkplatz zum Strand hätte sein können. Baumwurzeln machten es unmöglich, hier einfach drauf loszumarschieren. Jeder Schritt musste mit Dach gesetzt werden. Das kann nicht sein, sagte sie. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Keine Sorge. Tom deutete voraus. Da vorn, siehst du, zwischen den Bäumen, da sind doch schon die ersten richtigen Dönen. Heller Sand schimmerte zwischen den Stämmen hindurch. Es ging dort steil bergauf. Mir gefällt das nicht, sagte Gesa. Doch Feindesland? Fremdesland, sagte sie. Vielleicht hat mein Opa ja genau das gemeint, dass hier jetzt alles fremd ist. Anders. Kann sein. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Immerhin war hier mal sein Zuhause, sagte Gesa. Zuhause, ja. Aber er spricht so darüber, als wäre dieser Landstrich nun, weil jetzt andere Leute hier leben, weil es sich verändert hat. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht noch einmal herfahren würde, sich alles ansehen. Niemals, hat er gesagt. So weit kommt das noch. Zu den Polacken fahren. Es muss auch seltsam sein, nicht mehr nach Hause zurückzukönnen. Tom nickte. Wahrscheinlich hat es damit zu tun. Irgendwie hat alles damit zu tun. In diesem Moment verließen sie das Waldstück und standen am Fuß der Düne. Feiner Sand, krautiger Bewuchs hier und da. Los, sagte Tom und zog sich Schuhe und Strümpfe aus. Da müssen wir rauf. Niemals hätte Gesa gedacht, dass ihr so etwas derart Spaß machen könnte. Aber nun rannte sie schon zum dritten Mal, so schnell sie konnte, barfuß die Bühne hinauf. Der Untergrund war weich, bot kaum Halt. Und als sie die Kuppe erreichte, über der der Wind gerade eine helle Sandgistfahne aufwehen ließ, sprang sie ab, die Arme ausgebreitet wie zum Flug, stürzte den Hang auf der Rückseite hinunter. Ein Moment lang war die Ostsee zu sehen, blassblau, leichter Wellengang. Landete auf ihren Füßen, überschlug sich, rollte durch den Sand, bis sie irgendwann flach liegen blieb, den Blick zum Himmel gerichtet, Sand in den Haaren, im Mund. Herrlich war das. Sie schloss die Augen, lauschte auf ihren schnellen Atem und hörte ein Rieseln über sich. Tom glitt den Hang hinunter, aber langsamer als sie, vorsichtiger. Er hatte mit seiner Kamera im Anschlag unter ihrer Absprungsstelle gelegen und sie im Flug geknipst von schräg unten. Sie hatte es im Sprung bemerkt. Hab, glaube ich, nur deinen Hintern draufgekriegt, sagte er, als er neben mir stand. Red du nicht von meinem Hintern, klar? Klar, er grinste. Übrigens habe ich von da oben unsere Leute sehen können, am Strand. Die haben sich zum Picknick versammelt. Dann sollten wir uns ein bisschen beeilen. Gesa stand auf und schüttelte sich den Sand aus Kleidern und Haaren. Geblendet von der Sonne und dem grellen Dünensand konnte sie ihren Rucksack einen Augenblick lang nicht finden, den sie hier irgendwo abgelegt hatte. Er lag gleich neben ihren Füßen. Was meinst du, sagte sie, während sie sich den Rucksack überschnallte. Da entlang? Sie zeigte in keine spezielle Richtung, einfach geradeaus. Klar. Es waren flachere Dünen, über die sie jetzt gingen. Nicht hoch genug, als dass sie bis zum Strand hätten sehen können. Immer wieder rutschten sie auf dem rieseligen Untergrund aus. Auf einmal blieb Tom stehen. Hörst du das eigentlich auch? fragte er. Was meinst du? Dies Rauschen hier. Gesa lauschte. Wellen? Ja, höre ich. Die klingen viel tiefer als bei uns zu Hause, oder? Mehr wie ein Stampfen, so auf der Stelle, aber gleichmäßiger. Gesa sah Tom von der Seite an. Er hatte die Augen geschlossen und konzentrierte sich. Als würde das Meer abwarten, bevor es den ersten Schritt ans Ufer wagt. Gesa bemühte sich zu hören, was Tom offenbar hörte und war nicht sicher, ob es ihr gelang. Rauschen, Wellen. Es wartet nur auf die Gelegenheit, sagte Tom. Es droht, oder? Ja? Hörst du das? Gesa wusste nicht, was sie sagen sollte. Vielleicht? Ja? Du musst die Augen schließen, sagte er. Das kann man nicht sehen. Das muss man hören, wie das rauscht. Beide lauschten und auf einmal knackte es vor ihnen im Gestrüpp. Tom öffnete die Augen. Ein Reh trat auf den schmalen Pfad, keine zwei Meter von ihnen entfernt, erschrak nicht, sondern beobachtete sie in aller Ruhe, blickte sie an, bevor es lautlos zurück ins Gebüsch verschwand. Ein Reh, sagte Gesa. Was hat das denn hier am Meer zu suchen? Ich finde, das passt, sagte Tom. Da die Wellen, hier ein Reh. Gesa lachte. Und sie bemerkte, wie Tom in seine Hosentasche griff und sich eine Kapsel in den Mund warf. Das hatte sie schon mehrere Male beobachtet. Was nimmst du da eigentlich immer? Für meinen Hals. Das beruhigt. Hab zu viel geredet. Stimmt. Du wirst ja operiert, sagte sie. Gleich am Dienstag? Tom nickte. Komme gar nicht erst nach Hause, sondern im Prinzip gleich in den OP-Saal. Das haben meine lieben Eltern so gelegt, damit sie genügend Zeit haben. Zeit? Wofür? Um die Wohnung umzuräumen. Gesa zögerte. Weshalb? Weil meine Mutter auszieht, sagte Tom. Deshalb. Er biss auf die Kapsel in seinem Mund und machte ein Gesicht, als würde es bitter schmecken. Sie hat einen anderen. Oder hatte zumindest. Keine Ahnung. Vielleicht zieht sie zu ihm. Jedenfalls verlässt sie uns. Nur noch mein Vater und ich sind dann übrig. Deshalb waren wohl auch meine Großeltern letzte Woche bei uns, um noch einmal mitzureden. Das tut mir wirklich sehr leid für dich. Gesa trat einen Schritt näher zu ihm heran, aber Tom beeilte sich, weiterzukommen. Er winkte ab und sie stapften nebeneinander her durch den Sand. Haben sie mit dir darüber geredet? Fragte sie. Natürlich nicht. So weit kommt das noch, hätte mein Opa gesagt. Mit dem jungen Reden. Aber du weißt es trotzdem. Bin ja nicht blöd. Die werden mit mir reden, sobald ich aus dem Krankenhaus komme. Ich höre das schon. Tom veränderte seine Stimme. Also, lieber Tom, nicht, dass du ein Schrecken kriegst, aber es hat sich ein bisschen was verändert bei uns zu Hause. Verändert? Mama ist ausgezogen. Gruselig, sagte Gesa. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. So etwas passiert, oder? Ehen gehen in die Brüche, Familien zerfallen, man kann nicht mehr, nicht mehr nach Hause zurück. Jetzt drückte Gesa doch im Gehen seinen Arm, hielt ihn fest. Es musste sein. Sie spürte, wie Tom unter ihrer Berührung zitterte und ihr wurde bewusst, wie unsicher er eigentlich war. Ich würde verrückt werden, sagte sie. Ich würde es einfach nicht ertragen. In diesem Moment erreichten sie den Scheitel der letzten Düne und hatten auf einmal den Strand vor sich. Nach beiden Seiten breitete er sich aus, beinahe Schneeweiß, glatt, wie gezeichnet, und dahinter die Ostsee, leicht bewegt, ein blaues Laken. Links sahen sie ihre Gruppe, einen bunten Haufen, der sich wahllos am Strand verteilt hatte, und jemand daraus winkte ihnen zu, Aga, die nach ihnen Ausschau gehalten haben musste. Keine hundert Meter entfernt, direkt am Flutsaum des Wassers, stand die Herrengruppe vom Parkplatz. Im Halbkreis hatten sie sich aufgebaut, den Akkordeonspieler in ihrer Mitte, und selbst wenn es gegen den Wind nicht zu hören war, ließ sich doch deutlich erkennen, dass sie dort unten ein Lied sangen, aufs Meer hinaus. Gleichmäßig schunkelten sie hin und her. So kann man es natürlich auch machen, sagte Tom und schien darauf zu warten, dass Geser ihre Hand von seinem Arm nahm. Und als sie dies tat, fragte er, was wirst du eigentlich tun, wenn du nach Hause kommst? Geser hatte den Eindruck, dass er diese Frage länger bedacht haben musste. Weiß nicht. Das Übliche. Gut. Und ich werde dich im Krankenhaus besuchen. Klar.